In den USA ist so dieser Begriff Coaches Clinic ein großer und gängiger, auch ein Geschäftsmodell. Und wir haben gesagt, wir wollen das mal ausprobieren, die Hallentür öffnen und interessierte Trainerinnen und Trainer einladen und hier einfach mal so einen kleinen Ablauf zeigen, was wir mit euch vorhaben. Da wird der Alex gleich noch was zu sagen. Ich begrüße euch ganz herzlich, freue mich, dass ihr da seid. Ich möchte die Hauptakteurin heute kurz vorstellen. Ihr dürft einmal euch umdrehen, mal winken. Das sind zwölf Spielerinnen aus der sogenannten Talentfördergruppe 2, fünf Klässlerinnen, die alle im letzten Jahr, nach den Herbstferien im letzten Jahr angefangen haben, Volleyball zu spielen. Wir haben drei Mädels, die schon im Verein in Itzstein, wo es die Elke Vorerfahrung hatten. Ansonsten, das ist eine Ausnahme bei uns, ansonsten fangen die bei uns in der vierten Klasse an nach den Herbstferien und haben vorher noch nie Volleyball gespielt. Der Ablaufplan sieht heute vor, dass die erste Coaches Clinic ganz im Zeichen des Kleinfelds stehen wird. Also wichtig für uns ist zu zeigen, Talentakquise, wie läuft es hier am Stützpunkt. Auch so Talentbindung, die ersten Einheiten dann quasi, wenn Talente aus der Grundschule. Das wird so der erste große Block sein, wie wir in die Grundschulen gehen, wie eine Sichtungsstunde da ausschauen wird. Die Mädels haben das letztes Jahr einmal mit durchgemacht. Wie dann die ersten Einheiten ausschauen, so ein paar Einblicke davon aus diesen ersten Einheiten, wenn die Kids dann hier in der Halle auftauchen. Und ein dritter Block wird sein, wie wir uns quasi im Wettkampffspiel 2x2 auf dem Kleinfeld, ja, da so einige Rituale erarbeitet haben und auf was wir da Wert legen mit den Kids. Vielen Dank.